Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uncharted. Ja, im letzten Part habe ich mich durch die Horden gemetzelt und bin durch diese Fallen getapert und habe überlebt. Yay! So, und jetzt gehen wir weiter und krabbeln da an dieser, ja, äh, Burg hoch, würde ich mal so sagen. Doch, ich denke, es ist eine Burg. Ja, jetzt kriegen wir hier eine schöne Aussicht von dem, wo wir gleich raufklettern. Das darf doch nicht wahr sein. Denke ich mir auch. So, Kapitel 5, die Festung. Und das wird mit Sicherheit jetzt auch sehr, sehr lustig mit mir, weil beim letzten Mal, als ich hier raufkrabbeln musste, bin ich, sage und schreibe, zehnmal gestorben. Und genau wegen dem hier, wegen solcher Lianen, weil ich es damit einfach nicht drauf habe. Ne, ich verschätze mich da immer so. So, und hopp. Okay, das hat geklappt. Da müssen wir jetzt hoch und, äh... Nicht runtersehen. Genau, und das bröckelt, das ist auch nicht sehr gut. Wir sollten uns beeilen. So, jetzt geht's los. Okay, mal gucken. Werden wir es schaffen oder werde ich direkt sterben? Nein, ich hab's geschafft. Yay! So, und das bröckelt wieder. Und ab durchs Fenster. Gott sei Dank. So, was erwartet uns denn hier? Augen auf, nach Schätzen. Hier wiegt aber nichts. Hallo? Hier ist auch nichts. Noch nicht. Hö, hö. Okay, ähm... Ja, wir sind jetzt hier in dieser tollen Burg. Und wir müssen ja zu der Stelle, wo wir den Fallschirm von Elena gesehen haben. Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt hin? Hier geht's irgendwie gerade nicht weiter. Ach ja, genau. Da war das Fenster auf. Und jetzt kommt auch die Stelle, wo ich sage und schreibe, 80.000 Mal gestorben bin. Es darf nicht wahr sein. Genau, es darf einfach nicht wahr sein. Und doch, es wird mit Sicherheit wieder passieren. So, jetzt geht's nämlich los. Ich weiß auch nicht, was ich hier immer falsch mache. Ich weiß nur, es funktioniert nie beim ersten Mal. Oh, es hat funktioniert. Ich fass es nicht. So. Mal gucken. Komme ich denn jetzt auch weiter hier? Ah, ich bin gespannt. Da ist noch so eine dämliche Liane. Oh, ich hasse diese Dinger. Wie die Pest hasse ich sie. Moment. Der Abstand stimmt irgendwie nicht. Ich krabbel mal ein bisschen. Du sollst hochkrabbeln da, verdammt nochmal. So. Okay, wir versuchen es mal so. Wenn ich jetzt sterbe, fange ich wieder beim Fenster an. Und dann wird das bestimmt eine lange Folge. Bis ich die Stelle geschafft habe. Ah, wieder geschafft. Oh, ich fass das nicht. Heute ist mein Glückstag. Das sollte ich nutzen. Das nutzen wir, indem wir ganz schnell da zu dem rettenden... Du musst durchs Fenster springen. Genau. Und Dreieck. Ah. Ja gut. Ja gut. Das hängt nicht aus. Oh, jetzt hat er sich ein Bein gebrochen dabei. Also so hat es sich angehört. Meine Güte. Es ist nicht zu fassen. Ich habe das geschafft. Die Stelle, wo ich letztes Mal wirklich sage und schreibe, was weiß ich, wie oft gestorben bin. Und nun habe ich es einfach so beim ersten Mal geschafft. Ja, ich verhaspel mich hier gerade schon. Es ist Wahnsinn. Und da steht einer. Und wartet. Und da steht noch einer. Und noch einer. Na toll. Da ist wieder ein Nest. Okay. Was machen wir jetzt? Ah Mist. Der hält so viel aus in seiner Rübe hier. Halt still. Ich kann so nicht auf dich zielen. Du auch. Einmal ins Knie. Genau. Und dort. Yay. Okay. Da hinten sind noch 50 weitere. Grob geschätzt war das jetzt. Okay. Wir sollten uns mal ausruhen. Dummdi dummdi dumm. Und ich habe schon wieder keine Munition mehr. Es ist so herrlich. Es macht ja so viel Spaß. Ich wünschte, ich hätte hier ein Munitionslager. oder so in der Nähe. Statt immer nur ein Nest von diesen Trotteln. Okay. Sechs Schuss habe ich noch. Ja. Und der trifft mich durch die Wand. Toll. Wo ist denn der Typ, der da stand? Ist der schon weg? Wer schießt denn hier alles auf mich? Okay, jetzt ganz ruhig. Ja, ich bin Fischfutter. Ich merke das schon. Okay, ähm. Wir verstecken uns mal hier. Wo ist denn der Trottel? Da hinten. Ne. Das muss noch einer sein. Irgendwo muss noch einer sein. Das kann doch nicht nur der eine hier sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Granate. Alles klar, das ging. Der ist oben. Ach, da hinten. Na, super. Na, super. Meine Muni ist alle. Okay, da hinten lag eine kleine Waffe. Die holen wir uns mal. Jipp. So, damit muss das jetzt funktionieren. Oh, Mann. Oh, Mann. Da ist noch irgendwo einer. Nein. Ja, toll. Schießt doch nicht alle auf mich. Oh, und dann noch durch die Bäume. Wieso können die alle durch die Bäume schießen und ich ganz nicht? So, jetzt kriege ich ihn aber. Ja, bleib schön. Wenn du da stehen, dann habe ich dich. Daneben, daneben, daneben. Stirb. Oh, da oben ist noch einer. So. Hey. So. Geschafft. Yay. Okay. Schnell Munition einsammeln. Ist hier noch einer? Da. Jetzt habe ich nur noch diese dämliche... Nein. Wie viele sind denn da noch, Mensch? Ah, das gibt es doch nicht. Ach, es ist jedes Mal dasselbe. 25 Typen und keiner weiß, wo sie herkommen. Okay. Wo war der Typ jetzt? Da oben war doch der Typ gerade. So. Zeig. Ach. Ach, scheiße. So. Schön. Nein. So, jetzt aber. Jetzt kriege ich dich. Oder auch nicht. Doch. Hey, pass auf. Stirb doch mal da oben. Hallo. Du sollst sterben. Und keine Muni mehr. Es ist so herrlich. Okay, komm jetzt. Hier. Versteck dich. Ja, jetzt geht's los. Wo ist denn der nächste Typ? Oh, Mann. Toll. Hier fliegen die Granaten. Hier ballern sie auf mich. Aber wo sie sind, das zeigen sie mir nicht. Ähm. Der ist irgendwo da oben. Mit Sicherheit. Okay, so kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen jetzt irgendwie. Wir springen da durchs Fenster. Los, krabbel mal da rüber. Sehr schön. Und verstecken. So, ich will nichts haben von dir. Oh, Mann. Ei, 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 ei. Meine Ohren. So, da oben. Jetzt ist er platt. Und da oben. Ach, Mensch. Hallo. Könnte ich mal bitte treffen? Ja, ich brauche einfach Zielwasser bei diesem Spiel. Jetzt ist er hier irgendwo hinterm Busch versteckt. Okay, Junge. Wenn du mich haben willst, musst du um den Eck kommen. Hm. Da ist er. Ach, stirb. Ach, Kacke. Okay, irgendwie treffe ich den hier gerade nicht. Aber ich habe auch eine scheiß Waffe. Echt? Ja. Hallo. Kommst du bitte da her. Ja, danke. Oh Gott, nochmal, ey. Endlich. So, schön. Wir haben nur noch Granaten. Ich sammle mal was ein. Sicher ist sicher. Okay, das brauche ich jetzt mal nicht. Obwohl, vielleicht doch. Nein, vielleicht nicht. Doch. Mal gucken. Doch, das hebe ich auf. So. So, und jetzt komm, hier muss noch irgendwo ein bisschen Munition für mich rumfliegen. Ach, das wollte ich doch nicht aufheben. Ach komm, jetzt sagt mir nicht, die haben hier nichts fallen gelassen. 25 Leute und nicht einer hatte Munition dabei? Das kann mir doch keiner erzählen. Oh Mann, ich sollte hier nicht so schnell rumrennen. Die haben alle nur die Kackwaffe dabei gehabt. Scheiße. Na toll. Okay, komm, hier liegen noch ein paar Leichen. Hier muss doch noch Munition sein. Das ist gut. Pistole. Herrlich. Okay, 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 Munition. Ups. So, einmal zu schnell gedrückt, schon das Falsche aufgehoben. So, ja, also wir sind hier, wie gesagt, schon in dieser Burg. Und hier, genießt mal die Aussicht. Ganz toll. Toll gemacht. Tolles Wasser, tolles Meer. Hohe Burg, hoher Baum. Schön. So. Dann machen wir mal weiter hier. Ähm. Wenn ich nur wüsste, wo es weitergeht, ähm. Jetzt krabbel ich hier bestimmt gleich irgendwo rum, bin tot und darf die alle nochmal von vorne niedermetzeln. Muss ich da runter? Oder muss ich da hinten hin? Ich gucke erst mal da hinten. Und das da sieht irgendwie spannend aus, als wenn es da irgendwas gäbe. Sollte ich da mal rüberspringen? Lohnt sich das? Ja, vielleicht. Oh, ein Schatz. Wir haben unseren ersten... Na, hebst du jetzt den Schatz auf? Sonderbare Reliquie. Sehr schön. Ein Ei. So. Und ich habe eine Belohnung freigeschaltet. Ja, das ist ja toll. Ah, okay. Wir gehen weiter. Und es muss ja hier hinten weitergehen. Geht ja gar nicht anders. Also muss ich wahrscheinlich doch hier runter. Da runter? Ah. So. Okay, ich bin unten. Ihr dürft alle kommen und mich angreifen. Kommt niemand. Doch hier jetzt bestimmt. Ne, doch nicht. Aber da bestimmt. Ne, doch nicht. Ja, wo bin ich denn hier verdammt nochmal? Irgendwo im... Oh, oh, na toll. Jetzt habe ich es geschafft. In der Sackkasse. Umzingelt. Von 180.000 Leuten. Ja, ich bin doch hier unten, wo ich durchs Fenster gesprungen bin. Na toll. Hätten die ja auch gleich mal hier unten so ein Tor aufmachen können. Okay. Jetzt geht's ab hier. Da kommt ein Dicker. Den müssen wir platt machen. So. Der ist platt. Da kommt noch so einer. Stirb. Und da hinten steht auch nochmal einer. Habe ich noch Munition? Ja, ich habe noch Munition. Gut. Okay. Ähm. Yay. Ach, es ist so herrlich, wenn sie alle umfallen. Nur wenn sie stehen, dann nerven sie ein bisschen. Okay. Ähm. Sind die schon alle platt oder kann ich mich hier raus... Ne, da ist noch einer. Jetzt geht's los. Ja, was heißt denn hier jetzt geht's los? Kommen da noch mehr oder wie? Oder wie oder was? Da kommt doch keiner. Wo ist denn da einer? Ah, Mann. Okay, komm. Wir gehen mal rausgucken. Ja, wie war's jetzt? Hier ist doch niemand. Oder da oben? Nö. Gut. Ja, die faseln hier irgendwas von wegen. Schaltet ihn aus und so. Aber... Irgendwie sehe ich hier keinen. Hm. Was soll's? Ne, die sind bestimmt hier hinterm Torbogen. Zeig mir dein Gesicht. Sehr schön. Ich hab einen Fass getroffen. Oh, das hört sich nicht gut an, da dieses... Oh, das sieht schon wieder scheiße aus mit meiner Munition. Komm her. Okay. Munition ist alle. So, der ist auch hinüber. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Da ist nämlich einer mit einer Mordskanone. Und diese Mordskanone müssen wir nun irgendwie... Ja, überleben. Wir kommen da auch noch nicht dran. Ah, da hinten ist er. Okay. Das ist klar, jetzt kommt erst der da. Stirb. Was heißt sterben, Mensch? Der lebt immer noch. So. Wie mach ich das jetzt am schlauesten? Da hinten... Au, 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 au. Ja, da hinten ist dieses Schnellfeuer-Teil. Und du stirb! Ach, Kacke. Okay. Nee. Jetzt sieht's aber böse aus hier. Wie ging das noch? Irgendwie so. Ah, das wird doch nix. Ja, das hab ich mir gedacht. Ah, so ne Kacke. Ich hab keine Munition mehr. Oh, Moment. Da lagen noch Waffen. Die schnappen uns schnell. So, hier lag doch noch... Da. Da war noch ne Waffe. Und da lag auch noch irgendwo... Genau. Diese Waffe. Und da war bestimmt noch Munition, oder? Nö. Okay. Alles klar. Dann geht's jetzt damit weiter. Ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Wir müssen jetzt diesen Typen da ausschalten. Sonst kommen wir hier nicht mehr voran. So muss das sein. Wow, 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 wow. Jetzt kommt... Ihr Schweine. Ich mache euch alle platt hier. Jetzt kommen sie natürlich nicht mehr. Ist ja klar. Naja, okay. Wie dem auch sei. Wir müssen ja den da oben jetzt killen. Oh. So. Ähm, das machen wir jetzt so. Ja, jetzt geht's los. Hallo? Da. So, kaputt. Das hätten wir geschafft. Schnell Munition einsammeln. Das gehört sich hier so. Ja, das nehmen wir mit. Das sieht gut aus. Hm, hallo? Oh, das sieht noch besser aus. Das nehmen wir mit. So. Oh, oh, oh. Munition. Alles schön einsammeln hier. Okay, wir sind voll. Alles klar. Wo geht's jetzt weiter? Tja. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht hier durch? Ah, 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 ah. Oh, Mann. Wo kommst du denn her? Blöder Kerl. So. Einer muss immer überleben. Nein. Die will ich behalten. So, und jetzt? Ah, hier ist eine Treppe. Gehen wir die Treppe mal rauf. Ja, und hier liegen sie alle rum. Oh, Munition. Sehr gut. Sehr schön. So muss das sein. Ach, und da ist der Turm. An dem der Fallschirm hängt. Genau. Dann gehen wir da mal hin. Und sie ist nicht da. Eine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. So, ich denke mal, es ist sehr gut. Und wie das nun weitergeht hier, das seht ihr im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.